einen wunderschönen guten morgen liebe zuschauer tradingtipp steht wieder an und es ist sehr schwierig die aktuelle markt verfassung zins und wachstums sorgen belasten die stimmung und der dax ja mittlerweile bei 15.220 punkten etwa 1100 zähler unter den hochs und den allzeithochs und ja es hat den anschein als würden wir die nächsten tage noch weiter fallen und deswegen auch heute wie gestern ein short produkt auf einen wachstumswert die natürlich speziell unter den zinssorgen leiden wir sehen dass die hello fresh aktie schon vom hoch jetzt fünf euro und etwas mehr verloren hat aber es ist durchaus vorstellbar dass wir eben das alte ausbruchsniveau von ende april noch mal antesten knapp unterhalb von 28 beziehungsweise hier von anfang august klar etwas spät im nachhinein betrachtet aber wir sehen hier durchaus potenzial bis 26 im schlimmsten fall sogar hier in dem bereich 23 wo die 200 tage linie verläuft durchaus möglich wenn man sich im moment die abwärtsdynamik hier in viel bei vielen tech unternehmen anschaut klar hello fresh tech unternehmen ja nein nachdem man ja ja online die lebensmittel versendet aber letztendlich wird das unternehmen als wachstumswert als tech wert eingestuft und er hat wie gesagt da wirken sich die hohen zinsen natürlich negativ aus und wir stellen ihnen ein short produkt vor ich habe es gesagt unseres partners morgen stanley ma3 w y3 aktueller kurs 2009 aufgrund der erwarteten volatilität im aktienmarkt haben wir uns für einen geringen faktor von zwei entschieden aber trotzdem sehe ich hier durchaus die chance aus 20 30 prozent auf sicht der nächsten wochen den stopp kurs den sollte man bei einem euro 80 platzieren gestern war es delivery hero die aktie ja macht das was sie ja die letzten wochen schon gemacht hat sie fällt weiter im moment hält sie sich auf dem niveau von gestern trotzdem der abwärts trend zeigt also der trend zeigt klar nach unten wir sind unverändert wenn man den spread mal heraus rechnet also 160 aktuell 158 hier deuten sich weiterfallende kurse an deswegen würde ich an dem produkt festhalten ja das war schon kurz und schmerzlos morgen gibt es den nächsten trading tipp gleiche zeit bis dahin machen sie es gut